hallo leute herzlich willkommen zu einem weiteren video ich bin's erlos und heute sind wir mal wieder bei aura pvp plus generell bei europa pp die abstimmung hat zwar immer noch 50 fünf jahre und zombie aber ich habe mich entschieden da mache ich einfach heute aura und next zombie und dann passt das schon es leckt bei mir leider aus unerklärlichen gründen relativ stark sogar wir sind hier in teams es liegt an den fps zahlen ich bin bei 60 fps es liegt am internet beziehungsweise am server wahrscheinlich er mein internet verbindung ist auch sehr gut es war dumm so wir sind in der zweiten runde auf dem sind nicht hier durch die löcher fallen auf der brücke es leckt wirklich ich hoffe ich habe kurz an mann zeit video setting max mal das direkt man team mit ok vermute mal der wird es nicht mehr unbedingt schaffen oder naja ich weiß nicht die sollte auf jeden fall wieder ankommen wenn auch vielleicht nicht gerade an der optimalsten stelle komm Oh, shit. Moment. Na, es leckt bei mir halt wirklich noch immer. Nein, 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 nein. Okay. Lebt mein... Nee, ich bin der letzte von meinem Team, der lebt. Allerdings haben auch die anderen Teams nur noch jeweils eine Spieler. Jo, ich wollte mal hier rüber. Ja, so, zack. Da habe ich mich an die Kante geworfen, ist das ärgerlich. So, nächste Runde. Ui, das sind aber schon viele verschiedene... Komm! Du willst mich nicht... Warte, da ist jetzt zwar noch ein Leck, okay. Ah, es war mir hier heute super erfolgreich. So. Wir sind nächste Runde. Da wurde ich ja ziemlich spät teleportiert. Vier, drei, zwei, eins. Und auf geht's. Wir sind hier. Warte, wir sind hier. Beziehungs. Bis zum nächsten Mal. Warte, da ist, bis zum nächsten Mal. Warte, da ist es, bis zum nächsten Mal. der muss jetzt ankommen ah danke ja natürlich in die lava jetzt muss ich die scheiß tränke verwerfen dafür ach da ist ja mein lieber freund wieder shit da ich auch ungefähr 90 prozent vorbeigeworfen nein da bin ich stehend auf die regenerationszecke gekommen so wie ich bin meine runde klassik so werde ich hier verprügelt oje oje was war das jetzt so wollen wir das was gerade eben geschehen ist schnell mal ausblenden ein team entzündet erst mal die map an ich habe man die sensitivität war auch runter gestellt das klick was gerade was angeht wie schnell ich mich umdrehe und so ich hoffe das hat sich jetzt verbessert boah alter was ist das alter was zum teufel ist hier los gerade ganz kurz danke also ich bin mir nicht sicher ob man einfach alles leckt und deswegen so schön kaputt ist oder ob da manche leute einfach dermaßen hacken die geschwindigkeit kommt mir auf jeden fall auch schneller vor als sonst bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt Musik Ungefähr mal die abgefucktesten Runde, die ich jemals mitbekommen habe Oh je Och du scheiße Komm 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 stell genug an Ah shit Shit nur noch Sein Team erlebt ihr könnt das noch gewinnen Alles und nichts Alles und nichts Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Classic. Und ich bin mal gespannt, was hier diesmal so abgeht. Mir fällt ein, ich habe sogar Optifine hier dabei. In der Version. Nice. Ich benutze es sowieso nicht, weil ich nicht gewohnt bin. Ich bin mal gespannt, was hier drin ist. Immer diese Leute, die eine nur auf einem rumpacken. Oh shit. Jo, geh mir ruhig auf den Sack. Shit. Gut. Ich bin da, unfreiwillig. Ich bin da, unfreiwillig. Ich bin da, unfreiwillig. ups aber tschüss dann klopft dich halt in mir hier shit auch diese web eskaliert doch jedes mal direkt oder das ist doch hier inzwischen standard alles und nichts ist wieder hier und der gewinner von einer von als er mit mir im team war ist hier wieder ich bin mal gespannt wie das ausgeht ja gut nein was hat das jetzt bis zum nächsten Mal Oh, ja. Bitte, 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 bitte. Oh, ja. Gut. Vielleicht kriegt ich mich nicht down. Hier sind meine Teammates. Team Grün gegen Team Türkis und Gelb. Ich und mein Teammate leben noch. Nein. Oh, da komme ich nicht hin jetzt weg. Ne, dafür will ich jetzt eigentlich keine Enderpeller verschwenden. Wobei, ich habe 51 Stück. Gut. Nein. Ah. Oh, je. Okay, okay. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ja. Komm, bitte raus. Nein. Nein. Oh, shit. Nein. Komm, kommt das noch an. Okay. Ich lebe. Ich lebe. Jetzt nicht mehr. Ja. Nein. Shit. Ärgerlich. Ah, meine Hände schwitzen. Ey, ist das ekelhaft. Was war das für ein Kampf, Alter? So, was war denn das jetzt schon wieder? Ah, der hat uns allen Speed gegeben. Nice. Ich bin Team Grün. Absoluter Massenfall gerade. Gefühlt, gefühlt, jeder gegen jeden. Alle Teams sind hier irgendwie involviert. Außer Rot. Rot habe ich noch gar nicht gesehen jetzt. Ich müsste das System haben. Oh. Die kommt aber, sollte aber ankommen. Jo. Oh, ei, 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 ei. Oh, ne. Och, komm. Ich würde aber sagen, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen gerne eine positive Bewertung da lassen. Gebt aber gerne, generell eine Bewertung. Gattung ab. Schreibt gerne in die Kommentare Tipps, Tricks und so weiter. Und ob ihr auch fandet, dass es irgendwie zum Teil auf LSD wirkte. Ich vermute, aber es liegt ein und allein an meinen Einstellungen, die sich da irgendwie verändert haben. Ist aber auch egal. Ich würde sagen, wir sehen uns entweder heute Mittag wieder zu einem, also heute Nachmittag, zu einer Snapchat-Vorstellung oder nächste Woche zu einem weiteren Video. Dann wird das, wie schon gesagt, Zombie sein. Also man kommt Zombie. Freut euch schon mal drauf. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.